Herzlich Willkommen wieder bei mir, der Elisabeth Kämpfle in meiner kleinen Femina Backstube. Heute zeige ich euch endlich mal wie ein Mürbeteig geht, das heißt wie man am besten zwischen zwei Folien ausrollt. Und dazu habe ich mein absolutes Lieblingsrezept rausgesucht. Ich bin ganz stolz. Ich habe da nämlich an einem Rezeptwebwerk teilgenommen in Weilheim und mit meinem Flammenkuchen doppelt gebacken, habe ich den zweiten Preis gemacht, den zweiten Platz und organisiert hat nämlich das ganze damals die Silvia Schlögl, sieht man hier, von die Hauswirtschafterei. Wenn sie mal die Hauswirtschafterei eingibt, das sind ein paar Mädels, die haben super Rezepte, tolle Koch- und Backbücher, also ohne Schnickschnack mit einheimischen, saisonalen Zutaten. Da findet ihr nichts mit Chai-Samen, sondern da findet ihr halt was ganz normal mit unseren Körnern, die wir haben. Und es schmeckt toujours, egal ob süß oder herzhaft, total gut. Also ich mag die Mädels total gern. Und ja, logisch, mein Rezept freut mich auch. Der Pflaumenkuchen doppelt gebacken, ist unten ein Mürbeteig, dann kommt der Marmelade drauf, ein Rührteig mit Obst. Ich habe jetzt keine Pflaumen, ich habe hier Äpfel, die war einfach schon ganz schön runzlig waren und weggekehrt. Ihr könnt sie auch keine Zwetschgen nehmen oder Pflaumen, die ein bisschen antauen, also nicht ganz auftauen. Ich finde, das ist so ein Kuchen, er schmeckt genial und kann mit jedem Obst gemacht werden, wo er einfach weggekehrt. Machen wir den heute in unserer Merkurform. Das sage ich immer, ist meine Mitboxkuchenform. Ist eine 28er Rezeptmenge, hat der Platz, hat lauter Spitzen und kann man praktisch aus einem Bogen zwei Stücke schneiden. Den macht immer schönes Gesicht, ist einmal was anders, zu rund, heißt Merkur. Dann habe ich wie immer eine Arbeitsunterlage hergelegt, das heißt, dann lege ich eine Powerpackfolie her, dann rutscht man die nämlich nicht mehr davon, wenn ich die Arbeitsunterlage drunter habe. Es soll ja Leute geben, die haben es schon mit dem Tesafest gepappt, die zwickern sie immer am Bauch ein, aber wie gesagt, wenn man eine Arbeitsunterlage unten packt, dann fällt es da gar nichts mehr. Dann wie gesagt, Folie herlegen, Teig drauf, den Teig habe ich schon gemacht, da heißt 30 Minuten ruhen, aber ich muss euch sagen, das kannst du vergessen, also der darf einmal eine Stunde ruhen, weil kein Mürbteig ist in 30 Minuten durchgekühlt. Genauso wie die Plätzleteige am Platzltag an Weihnachten, die mache ich entweder am Tag davor, das wirklich über Nacht durchkühlen, aber nur mit einer halben Stunde passiert da im Teig nicht viel. So, dann legen wir eine zweite Folie drauf, da seht ihr auch mal den Unterschied, das ist eine nagelneue Folie und die habe ich bestimmt schon fünf Jahre im Gebrauch oder so. Ich darf ja alles mit den Folien machen, die halten 230 Grad aus, außer drauf schneiden und durchstehen. So, Folie drüber, Nudelholz, egal was habt ihr, immer von innen nach außen flach rollen. Das könnt ihr super mit zum Beispiel Marzipan machen, mit allen festen Teigen rohen, also ja wie soll ich sagen, Pizzateig, Weihnachten, die Zimtsterne oder es wird einfach, man kriegt keine dreckigen Hände mehr. Wenn ich jetzt sehe, ok, irgendwo ist ein Folten, dann tue ich es wieder runter, jetzt habe ich ein Buchlad aus, dann schiebe ich den so wieder zusammen. Kann ich mir hinrichten, wie ich brauche. Und wie gesagt, wenn ich merke, jetzt ist irgendwo ein Folten drin, runterziehen, wieder drauf, beide Folien in die Hand nehmen, umdrehen, weiter machen. Der ist jetzt nicht ganz, wie soll ich sagen, nicht so dick. Das ist ja nur ein Möglichkeit für den Boden. Wenn ich grob meine, ich bin schon soweit, dann hebe ich mir meine Form hin, da sieht man, langt schon. Dann zicke ich eine Folie ab und das bisschen mache ich noch sauber. Wenn jetzt ich einen Rand brauche am Mürbeteig, dann würde ich jetzt einfach die Teige so einklappen, also nicht runterdrucken mit Gewalt, einfach seitlich alle Folten rein. Zack, da mache ich bei der runden Form genauso, egal. Dann die Form außenrum. Und dann klappe ich den Teig wieder raus. Ich kann an die Form hinschneiden, ich brauche die Form nicht mehr einfetten. Aber wie gesagt, da brauche ich jetzt eigentlich gar keinen, bei dem Rezept, jetzt brauche ich jetzt keinen Rand. Aber ich würde euch das unbedingt mal zeigen, dass ihr wisst, was ich da meine. Dann würde ich jetzt einfach meinen Rand machen. Dann kann ich mit dem Messer am Rand entlang rumschneiden. Wenn ich sage, jetzt ist es ungleichmäßig, geht alles. So, Folie muss ich nur sagen, die ist auch geschmacksneutral. Da habe ich gestern einen Spargel gemacht. Die wische ich ganz normal ab, trockne sie nach, lasse sie auslüften und räume sie dann weg. Genauso wie die Formen. Früher hast du in der Sprühform einen Kässkuchen gemacht, den in den Kühlschrank hineingestellt. Und dann hat irgendwie die Form nach dem Metall gerochen, also geschmeckt oder so. Oder ist im schlimmsten Fall auch noch abblättert. Passiert hier auch nicht mehr. Edelstahl ist einfach, es hat seinen Preis, ohne Frage. Aber es habt ihr halt auch ewig. Die Kundschaft sagt immer, das kann man vererben. Wenn ich jetzt seitlich den Rand mehr einbüte, möchte ich es noch schöner machen. Dann nehme ich die Teile von meinem Rolli-Set. Das Konische ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Blütenform habe, dann kann ich schön in die Ausbuchtung hinein. Und so habe ich das gerade. Deshalb brauche ich jetzt mein kleiner Teigroller. Man muss es nicht machen, aber dann kann ich euch das auch gleich mal zeigen. Die gibt es zu zweit im Set. Habt ihr einen Griff dabei. Und der Griff ist der gleiche Griff, den könnt ihr auch für das Roulette nehmen. Rolli-Set ist das da. Jetzt habe ich den so hergekriegt. Dann nehme ich meinen Tortenhelfer. Den ich nicht hergekriegt habe. Das ist der Tortenhelfer von der Aluplatte. Fahrt runter. Und immer den Kuchen, bevor es die Füllung nicht geht, auf den Rost umsetzen. So, jetzt könnte ich theoretisch die Füllung nicht tun. Hier steht aber im Rezept, den Teig noch ein bisschen einstechen. Also, dass er ein paar Löcher hat und vorbacken. Da habe ich mir jetzt mal so einen Stupser zugelegt. Der ist nämlich stumpf. Da mache ich meine Folie nicht kaputt. Und weil ich ja doch das öfter im Back, der kostet jetzt nicht weiter, den habe ich irgendwo im Internet bestellt. Genau. Jetzt schaut der Teig so aus. Den tue ich jetzt, wie im Rezept steht, für sieben Minuten in den Ofen. In der Zeit mache ich den Rührteig für oben drauf. Weil, wenn wir ihn rausziehen, dann kommt der Marmelade drauf. Da habe ich jetzt so eine Aprikosenmischung, wenn ich esse. Das ist ein Restchen. Herkriegt wird drauf gestrichen. Dann kommt der Rührteig drauf und Obst. Und ein paar Mandelblättchen. In den Mandelblättchen mischt man wieder ein bisschen was vom Bernsteingold. Dann werden die so richtig karamellig. Und schmecken einfach gut. Bis gleich. Der Boden ist jetzt gerade fertig vom Vorpacken her. Die Sonne ist jetzt so sieben, acht Minuten. Dann tue ich da gleich mein Marmelade drauf. Ich muss halt nur schauen, dass die Kombination ein bisschen zusammenpasst. Und dass die ganze Geschichte nicht zu süß wird. Das muss ich bloß da nehmen. Weil natürlich alles ein bisschen was ist. Ich habe ihn jetzt nur auf eine Auskühlgitter. Marmelade habe ich das mal nicht püriert. Aber das ist jetzt auch keine Tragik. Verstreiche da wieder mit dem Liftball spitz. Das ist einfach mein Werkzeug. Immer das gleiche. Ich sage immer einmal gescheit angerichtet. Und dann hat man es. Weil das schmeiße ich jetzt seit 25 Jahren in die Spülmaschine. Nimm es wieder her. Und es hält das wunderbar aus. Gut. Dann haben wir das schon mal. Der Teig. Schau mal, heißt Hermelin M. Das ist der elastische. Den gibt es auch im Fest. Also ganz starr. In unserem Schlagkessel. Mit drei Liter habe ich jetzt den Teig schnell gemacht. Ich möchte euch immer gerne zeigen, dass man also kein riesen Küchengerät braucht. Da komme ich mit dem Handrührgerät rein. Und das Schüssel ist auch gleich waschen. Ich habe natürlich auch einen Thermomix. Weil den brauche ich dann für Hasenlust zerkleinern. Den brauche ich dann wieder für andere Sachen. Aber für so Teigmengen lang der Schlagkessel da. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Den gibt es in verschiedenen Farben. In den blau. Dann gibt es noch in grün. Und ja, ich sage, in krachend gelb. Sag ich mal. Ist auch ein Geschenk für die Mama. Habe ich schon mitbekommen. Die finden das gut, wenn man ihnen mal was gescheit schenkt. So, jetzt sehen wir den Teigverstreicher. Das muss auch nicht perfekt sein. Weil das ist natürlich der Boden warm. Das Marmelade wird warm. Das sieht nachher kein Mensch mehr. Mit der Spitze von dem Lüftball kommen wir schön in die Spitzen von der Merkurform. Meiner Mittwochskurform. Aber da wirkt einfach alles gleich anders. Da könnt ihr gerne so herzhafte Kuchen machen. Auch mit Gitter machen wir jetzt mal so ein Maultaschenkuchen oder sowas. Der schaut da drin auch ganz bärig aus. Da werden die Gäste dann überrascht, wenn man ihn hinstellt. Oder die Familie. Macht das gleich was her. Dann werden wir jetzt die Äpfel drauf. Da wird es zu viel gemacht wahrscheinlich. Aber bei uns ist das so. Ich lasse die Äpfel einfach stehen. Und auf einmal sind sie weg. Und Obst essen, glaube ich, hat noch nicht so wirklich geschaut. So. Ich mag auch gerne bei den Torten eine Mürbdorffball unten drunter. Manche meinen das gar nicht. Aber hier werdet ihr sehen. Es ist eine Kombi von einem schönen kranschigen Mürbdorff. Ein bisschen Marmelade. Einen fluffigen Rührteig. Obst nach Wahl. Und jetzt machen wir noch unseren Trick 17. Im Rezept steht Mandelblättchen drauf. Ich habe hier natürlich wieder Resteverwertung. Das sind Mandelblättchen und Kakteymandeln. Da gebe ich jetzt bloß ein bisschen was vom Bernstein-Golbdorff drauf. Das macht dann wirklich so ein schöner Karamell. Obendrauf. Müsst nicht machen. Geht auch ohne. Schmeckt auch ohne. Das ein bisschen mischen. Und drüber. Der Ofen bleibt weiterhin an. Ich habe mir ein hohes rausgenommen. Und wie gesagt. Ihr könnt Obst hernehmen. Wenn ihr eine Dosenpfirsich über habt. Einfach sowas. Ich denke mit Birnen habe ich noch nicht ausprobiert. Ansonsten Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen. Alles was einfach weg muss. Da dürfen wir jetzt nicht bringen werden euch gezeigt. So jetzt ist natürlich von der Farbe her ein bisschen fad. Weil Äpfel drin sind. So schaut er aus. Und jetzt kommt er noch mal in den Ofen rein. Und dann freuen sich schon wieder fleißige Essen. Jetzt habe ich den Kuchen aus dem Ofen geholt. Abkühlen lassen. Sonst könnt ihr ihn nicht so nehmen. Ich kann ihn eigentlich mal so zornen. Und jetzt so gerne wie einfach der wieder vom Rost runter geht. Unseren Tortenhelfer nehmen. Zwischen Rost und Folie rein. Und das was ihr gebacken habt. Dann habt ihr den Rost schon mal weg. Den dürft ihr gerne ab und zu mal in die Spülmaschine mit rein. Dann bleibt das so wunderbar. Ich habe jetzt seit 26 Jahren drei Roste im Einsatz. Und die sind immer noch sehr schön. Also weil ich einfach ab und zu haue es in die Spülmaschine rein. Wenn ihr ganz schlimm ausschaut. Dann haut ihr mal einen Grillerreiniger drauf. Der hat es in der Plastiktüte über Nacht. Und dann in die Spülmaschine. Und wenn ihr wirklich ganz übel ausschaut. Dann gibt es jetzt schon verschiedene Putzhersteller. Wo ihr euch ein Rad holen könnt. Oder ich kann einen an Femina einschicken. Die können sogar bearbeiten. Dass er wieder glänzt. Jetzt habe ich ihn praktisch auf meinem Tortenhelfer. Aber immer noch auf der Folie. Und auf der Folie soll er nicht schneiden. Also. Wie immer. Darum ist die Folie auch so groß. Ich sage es ja immer wieder. Nicht irgendwo auf der Dude. Oder auf der Messe. Irgendwo dauerbar Folien kaufen. Wo man sagt. Die sind ja viel billiger. Wie die von Femina. Die sind aber wahrscheinlich auch viel kleiner. Denn hier haben wir diesen Platz. Dass wir es umknicken können. Nach vorne unten umknicken. Und unter dem Backgut dann zu einem Herzen. Dann ist der Kura. Der rutscht jetzt noch weg. Auf der Platte. Und das ist alles was mir auf der Folie bleibt. Dann nehme ich nachher wieder meinen Spüllappen. Mit ein bisschen Spülmittel. Wische das weg. Mit dem Geschirr durch trocken nach. Trocknen lassen. Locker zusammenschlagen. Und dann aufräumen. Ich habe ihn jetzt. Auf meinen normalen Tortenhelfer. Wenn ich sage. Ich möchte ihn jetzt in einen Kuchenbehälter rein. Da gibt es ja so tolle. Wo jeder Haushalt hat. Ich schimpfe aber immer. Weil man die ganzen Schnitte auf dem Kuchenbehälter sieht. Dann gibt es unsere Ufo Tortenplatte. Das ist auch eine Aluplatte. Mit Durchmesser 28. Passt genau rein. Und da könnt ihr drauf schneiden. Da sieht man die Schnitte. Das ist gewollt. Das geht nicht anders. Aber ihr schont den Kunststoff von unten. Das ist ein kleiner Tipp. Das ist das Ufo. Mit 28 cm. Kostet glaube ich 8 oder 9 Euro. Also ist nicht die Welt. Und das ist unser normaler Tortenhelfer. Mit 32 cm. Jetzt tue ich nur noch vom Rand weg. Dann nehme ich wieder unser Spitzbubmesser. Wo eine 10 cm lange Klinge hat. Damit ihr bei den großen Formen bis unten an den Rand kommt. Setze an. Und schneide richtig in den Rand rein. Ich darf auch bei den Formen schneiden. Das könnt ihr mit der E-Mailform jetzt auch nicht wirklich. Und richtig am Rand entlang fahren. Diese schöne Form, das ist der Merkur. Ich habe schon gesagt, das ist meine Mittwochskuchenform. Aber da wirkt einfach alles gleich ganz anders. Da kann man jetzt pro Bogen 2 Stücke machen. Die tun wir jetzt einfach nur in Spülwasser rein. Lass sie ein bisschen einweichen. Und dann ab in Spülmaschinen. Die könnt ihr so drücken in Spülmaschinen. Die sind formstabil. Die kommt so wieder raus. Also wo es gerade irgendwo Platz hat. Das macht ja gar nichts. Dann bleibt mir jetzt bloß noch. Guten Appetit beim Probieren von dem leckeren Kuchen. Wie gesagt, das ist sehr wandelbar. Probiert es aus und sagt mir Bescheid, wie es geschmeckt hat. Danke. brother Bis zum nächsten Mal.